Ach du Scheiße. Was ist das? Es ist der Gigolo im Kimono Vibri-Ratoren Flavio. Woher hast du das? Wir hatten heute einen Valentinstagsdreh. Und das Ganze ist in die 80s, 90s Richtung abgedriftet. Und das Ganze war leicht sexuell angehaucht. Für was habt ihr gedreht? Für MCI. Oh. Ich sag dir ehrlich, ich glaub, die beste Integration, die ihr für MCI jemals gebracht habt, war das erste Mal, als du KLS imitiert hast. Ich glaub, das haben gar nicht so wenige gesehen, aber es war auch brutal. Also es war die beste Integration, die ich jemals gesehen hab. Sind wir live? Wir nehmen schon auf, ja. Okay. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast. Ich hab mir die letzte Episode tatsächlich gestern Abend angeguckt, um einfach nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Natürlich...